hallo leute herzlich willkommen auf dem master gaming und heute spielen wir mal einen noob simulator so heißt er auf jeden fall und wir müssen jetzt oder können hier erst mal die tägliche belohnung ein ding sind so habe ich gerade schon gemacht so und dann müssen wir hier diese ganzen leute killen so und hier rechts sieht man dann immer hier rechts sieht man dann immer wenn man dann also ich bin gerade der leben und dann bin ich nur sagen wir gehen mal kurz zum ziel und keine ahnung was das bedeutet wir gucken mal blaue schrecken aha die beruf trocken jetzt heute nicht great great immer Okay, 500.000, alles klar. Kaufe Upgrades, aha, das habe ich gesucht. Upgrades, Upgrades. Gewichthebelung für 5. 20, 45, kein Geld mehr. Power-Ups, na, brauche ich nicht. Brustiere, mhm. Okay, Gewicht, 4. Kann man auch Gewicht heben, oder was? Gucken wir mal, wie ich den jetzt umklatsche. Ja, schon schneller tatsächlich. So, wenn ich den mal finden würde, wo die alle sind, dahinter. Jo, wie groß ist der denn, Alter? Leider sind wir noch ein Noob. Komm her. Okay, ich werde größer. Wow. Dann werden wir Basic Noob, okay. Komm her. Wo sind denn die Orly Hidden? Hier sind zwei. Mit 25 Stärken kann man da rein. Bleib hier. Aber jetzt ist gerade die Müllabfuhr hier und nervt. Egal, kriegen wir schon hin. Da. Also hier darf ich noch nicht hin, weil ich keine 25 Stärker habe. Okay. Okay. Schade. Funktioniert nicht. Ah, hier sind die jetzt alle. Kommen sie her, kommen sie her. Kommen sie her, kommen sie her. So, gleich habe ich 25 Stärken, dass ich da rein kann. So, jetzt kann ich da rein. Stadion Junior. Ja. Ja. Können wir mal gucken, was es da gibt. Davor kleppen wir den hier nochmal kurz. Davor kleppen wir den hier nochmal kurz. Weil dann sind wir, ähm... Basic... Ähm... Noob. So. Okay. Kaufen, let's go. Jetzt können wir mal da gucken. So. Gehen wir mal hier durch, würde ich mal sagen. Ah, dann sind hier so stärkere kleine Noob-Inseln. Okay. Kommen sie her. Okay. Und mit 200 darf man dann weit. Alles klar. Oh, ich bin ja jetzt schon wieder weiter Noob. Kommen sie her. Ich klatsche sie. Bleiben sie stehen. So. Hehe. Einfach kurzvaus. Das Klauen. Bleiben sie stehen. So. Okay, ist ein geiler Simulator, muss ich sagen. Bleiben Sie hier. Ja, ich möchte upgraden. Gekauft. So. Geben wir mal wieder da hin. So. So. Gehen wir mal hier wieder durch. Fakt. Oh, oh. Hansa. Ich bin fast gestorben wegen dem. Okay. So. Zack. Wir sind gleich Bella Nu. West Nu, meine ich. Oh. Wir werden zum... Besten Noob. Stronger Noob kriegen wir dann. Also, wir sind ein starker Noob. Okay. Boah. So. Yo, wie groß ist der? Junge, der ist ja übelst groß. So. Achso, ich kann ja schon weiter. So, dann gehen wir mal weiter. Wir haben ja jetzt die 200. Stärk. So. So. 250 größere Noob-Insel. Okay. Perfekt, der ist einfach ins Wasser gesprungen, der hat Selbstmord begangen. Man! So, zack, ist das Speck, heißt der echt so, oder was, scheinbar heißt der echt so. Zack, dann sehen wir jetzt gleich den Strong Noob, so, abts, abts, also mit wieviel darf man weiter? Wir fangen mit 1000, ok. 1000 darf man weiter. So. Kann er sich mal verpassen? Pissen. So. Heben sie hier. So. Äh, wächst das überhaupt? Na ja, ein Stück. Ok, ok, ok. Er ist ja direkt hier gespawnt. Komm her. Zack. Zack. Du kommst auch her. Zack. Zack. So. Glaub ich kann mir auch ne bessere Dings holen, gell? Muss ich mir mal gleich angucken. Warte, ich lass mich kurz töten. Ja, danke. Dann spawne ich wieder hier. Kann ich mich hier nämlich Upgrades kaufen. Hm. So. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinem Discord vorbei. Ja, wir sind jetzt ein starker Noob. Wir sind jetzt ein starker Noob. Ähm, beziehungsweise zur Hälfte. Ja, Hälfte. Atsch. Oder ja, wie auch immer man das ausspricht. Noob. Ähm, und ja. Falls euch dieses Video gefallen hat, ist gerne ein Abo und Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Video schon verlinkt. Schaut auch gerne bei SNX und bei meinem eigenen Bot vorbei. Das Musik-Bot. Und jetzt habt einen traumhaften Tag. Euer Santu. Ciao, ciao.